Okay, is it live? Is it live now? YouTube, aber ein live. Ein live. Ein live. Ein live. Ein live. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hello and good evening, everyone. So welcome to the second day of our national webinar on career guidance and opportunities organized by the academic career counseling cell in collaboration with IQSC Hatim. So tonight, we are going to have two distinguished and highly experienced resource persons. And like we did last night, our session will be a mixture of English and Mizzou. So we hope all the participants will be benefited by tonight's session. So we are going to have a lot of questions. So, tonight, our first speaker is going to be Mr. Loom Nakima. And he is the Chief Architect, Artificial Intelligence and Cloud Computing, Cognizant Technology Solution. So, I'll just give a brief info of our speaker before we invite him to the panel. So, Mr. Loom Nakima is originally from Darlon and is currently based in Bangalore. With his family, with his wife, and with his two daughters. So, Mr. Loom Nakima holds meritorious records in his academic career. And he is also the first MISO to pass this Bachelor of Engineering, Electronics, and Communications in Distinction Division. So, he has a very commendable and excellent history in his academic career as well. And he is also a Certified Data Scientist. So, Mr. Loom Nakima started his professional career as an architect in IBM United Kingdom in 2011. So, he worked in the UK for two years. And he joined Mahindra Satyam as a software engineer in 2016. And he then joined Cognizant Technology Solution in 2018 as a Chief Architect in Artificial Intelligence, which currently leads top companies like Apple, MGM, Warner Brothers, Artificial Intelligence Platform, redesigning programs. So, he has been involved in many big projects with big companies. And he has been invited into various distinguished platforms to speak among youths. Some of them include the guest of honor by Barthia Viabit University, Pune for a career guidance program. Resource person by Mizoram University for a career awareness program. And motivational speaker by Mizoram Youth Commission. So, Mr. Loom Nakima said, So, Mr. Loom Nakima, you know, Mr. Loom Nakima, Mr. Loom Nakima, Mr. Loom Nakima, Mr. Loom Nakima, Vielen Dank. 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 ... 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 .... Die haben wir in der IT-Service-Internationen. Die haben wir in den IT-Service-Internationen. Die sind die IT-Service-Industrie und die Wirtschafts-Industrie und die Wirtschafts-Industrie. Die IT-Serie ist eine High-Tech-Telecom. und die ZDF-manufacturing, retail, healthcare, transportation, die in den Domain-Left-Sector. So in dennoch ist es, die Service-Industrie, die die ZDF-man Koreas-Zong, die in den Domain-Left-Sector. So ist es, die ZDF-manufacturing, retail, healthcare, der Airlines, Transportation, High-Tech, Telekom, die domain knowledge ist. Und das ist nicht so wichtig, dass die domain ist. Die domain ist, die IT-enabled-Service, die IndiAram-Economie ist. Die IT-enabled-Service ist die IndiAram-Economie, Die IT-enabled services sind wir, die IT-enabled services sind. Die IT-enabled services sind wir, die wir, die Kunden zu unterstützen. Die Kunden zu unterstützen, die IT-enabled services sind, die Business Process Outsourcing sind. Die Business Process Outsourcing sind KPO, die wir, Wir haben uns die Frage, wie wir die KPO haben, die Prozess-Out-Sourcen, die wir hier haben. Wir haben uns die Frage, wie wir uns die IT-Customer-Interaktion haben. Es gibt auch die Kommunikation, die wir nicht mehr in den Kommunikation haben. Wir haben uns heute Abend gesagt, dass wir uns hier in den Bildern und in den Bildern haben, dass wir uns hier in den Bildern und in den Bildern, Vielen Dank. Aber die EFFECTIVE COMMUNIKATION sind die EFFECTIVE COMMUNIKATION. Die MTI und die MTI-MATER-DUNGE-Influence sind die MTI-MATER-DUNGE-Influence. Die MTI-MATER-DUNGE-Influence sind die MTI-MATER-DUNGE-Influence. Die MTI-MATER-DUNGE-Influence sind die MTI-MATER-DUNGE-outre ja bath. Die der�대 isso patern 1976 umroch выбiraine-kmale Wiktorin und photoempativen face oder auch��zen am nervousab amazing chair. Die Menschenf 1509 cinqfars wurden die MTI-MATER-DUNGE-Influence理ischiert. Die MTI-MATER-DUNGE-Influence sind die EFFECTIVE COMMUNIKATION ne Stelle kommen erst mitbooks und technischen Geistable. EFFORT KANPET, EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS, TRAINING, COMPLICATED, WORK HARDER, EFFECTIVE COMMUNICATION. EFFECTIVE COMMUNICATION, EFFECTIVE COMMUNICATION, EFFECTIVE COMMUNICATION, HARD SALVANY. Vielen Dank. 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 ... 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 In diesem Seminar, ich sage Ihnen, ob Sie in der Winning-Team oder in der Losing-Team sein wollen. Winning-Team oder Losing-Team. Ich sage Ihnen, ich sage Ihnen, dass Sie in der Losing-Team sein wollen, dass Sie in der Losing-Team sein wollen. Das heißt, Google ist die top technologie in ITB. Artificial intelligence und der Machine-Learning. Das ist die Artificial-Intelligence. Das heißt, Cloud Computing und die Cloud-Tien-Kovel. Das heißt, wir müssen da und das Recht auf den manchen, keine Glass-Iber-Sequitag. Das heißt, Data Science und Data Engineering. Die sind in der Finanze. Das ist die Frage, dass wir uns in den Internet-of-Things haben. Die Internet-of-Things sind die Internet-of-Things von Online-Streamingen, Das heißt, wir sehen uns, dass wir mit dem IOT-Blockchain, mit dem Cyber-Coin, mit dem Cyber-Cyber-Cyber-Cyber-Cyber-Cyber-Cyber-Cyber-Cyber-Cyber. Wir sehen uns im Bereich von Produkt-Management, E-Commerce, Sales-Force, Digital Marketing und Mobile-Development. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das heißt, dass die Artificial-Intelligence, die Cloud-Computing und Machine-Learning-Data-Science an was an unser demaises das ist. Wenn wir einen schönen Moment aus attacked, dann ist es das sehr kompliziert. Das ist uns der Artikel von der Kultur-Technologien, also mit derbilanzierung und des digitalen Technologien und der Automatis. Data Science, IoT. Aber hier ist Ihr Job Job bereit. Wir haben die Pilze auf die Softwareindustrie. Die Luft in der IT shop wird aufgedritten. Wir haben die Automation, die Programme, die die Developer, Das heißt, es geht um auf die Möglichkeit, die Automatik zu entwickeln, die Automatik zu entwickeln, die Automatik zu entwickeln. Wir alle leben in einem globalen Stadt. Wir leben in einem globalen Stadt. Wir leben in einem globalen Stadt. Wir leben in einem globalen Stadt. Das ist ein Teil der Europäischen Union, der sich die Führung auf den Weltkrieg der Welt befindet, ist das die Weltkrieg der Weltkriegs- und die Weltkriegs- und die Weltkriegs- und die Weltkriegs- und die Weltkriegs- Wenn die Aufmerksamkeit zu arbeiten, dann würde ich dir gerne ein bisschen was. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so gut noch. Ich weiß nicht, wenn ich nicht mehr und ich mich nicht mehr so gut, damit ich mich nicht mehr so gut stelle. Jetzt ist es ein Thema der Europäischen Union. Wir werden uns in ein paar Links auf den Zugriffen einbringen. Aber das ist eine Ausführung der App, die sich in den AI-klaude und der Cloud-klaude ausreichend ist, die das Premier-Institut ist. Das heißt, es ist eine Art und Weise, dass es eine Art und Weise, eine Art und Weise, eine Art und Weise, eine Art und Weise. ... Wenn wir die Gesundheit, dass es unsere Adämparen ist, können wir sie sehen? Als wir wir die Überschwung haben, wenn wir sie aufsetzen können, haben wir sie gesehen. Wenn wir sie den Körper haben, dann können wir sie sehen. Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Fully professional life in the follow-up. Fully professional life means a professional career line for us. We are in the same way, we are in the same way, we are in the same way. We will have the same model that we are working together, and we will be able to do and to take some time to do with our own. That's what we have here today. how we have to work together, how we work together. We are in focus on the same way. So, in potty little plan movement in continue to run it now, to come like a concern each other can like has a hunder pour timeframe movement taking can see a mga can office our can to hunder for timeframe movement taking can see a mga suntiga kind teacher a kind of time management countries. One game on a ton upon a try up in a can success from not a ton con or so any calica coming berozo. Our next question. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. 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 Das ist die nächste Frage. Vielen Dank. Vielen Dank. And again, I said, I said that you have to be very careful choosing your domains. If you go into, you know, the voice support or 27 support and all that, then obviously you will have to be ready for 27 support. So if you go into the support domain, then, you know, you have to remember that you got, you make yourself ready for that particular domain. And you may get called in the middle of the night and to come to the office and all that. That's understandable. But again, after you chose your domain and to which technology or to which domain that you are going to work, then obviously, it's not possible that the company is not going to take care of your well-being. So that's baseless. So nothing to worry. You have to be professional. The more you are professional and the more you are smart, people are going to respect you and nobody is going to question about or, you know, not going to take care of your well-being. So, if you are not going to take care of your well-being, you have to be professional. And it's not going to take care of your well-being. How does your life have you met with the company? I mean, a great question, your family, who has done the job, the company, the company, the company and the company, 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 and the company and the company. They cost me a lot to take care of your well-being. So, I think, when I get out phone calls, I buy, I go, to be reconnaissance, and I go. 1-2 years. Yes, very much depend on your performance during your probation. Probation, obviously, die in performance die in performance die in probation. So, you can continue teil of the book. you can't do it. Well, question here, but it's a lot of resource person who can do it. Question can do it. You like it. And so on. Oh, yeah. Big four accounting organizations. Antioa, Ian, miso. Don, you can a chance that career build. Nana try. TM. Deco. Aaron, oh, Martin, me kind of zone. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Accounting. 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 Yeah. Company. Trump. Obama. Accounting. Lamp. Han. Tech. And. Tinan. Can. Thorn. That. We. IBM. There. Tina. It. Kognizan. Antipon. Accounting. Business. Segment. Can. Alien. Cop. Maya. Tovana. Accounting. Antipon. Yeah. Kasuen. Khan. Mathe. Lau. John. Lava. Amara. To. Eh. Uh. Can. Uh. Donin. Uh. Can. Qualification. Te. Interview. Will. Let me. Placement. Candidona. Can. And. Shilvy. Angla. Then. Accounting. He. Koi. Company. Pana. Mamo. Koi. Company. Pana. Enterprise. Mamo. Ani. A. Vance. One. He. Uh. Service. Outsourcing. Ani. Bika. To. Vance. One. Uh. 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 Ingenie. At. Okatenan. Service. A car. Munda. Nga. Enterprise. Nga. An. For outsource. China. To. Vance. One. A. Interaction. Asang. A. Client. Interaction. That. Saga. To. Mimals. Smartness. People are doing a big taking logical reasoning. Anti-tele. Kanka. Asang. Aswale. Mimma accounting to us. A. Teela. Technicall. Aswala. Hemi. A software. Lampong. Diloma. Saling. A technical. M. 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 und die Auslösung der Auslösung. Die Auslösung ist das eine sehr gute Auslösung. Die Placement-Sellung ist die Auslösung. Die Auslösung ist die Auslösung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Can you repeat? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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 Vielen Dank. All right, before we start our next session, let me introduce our speaker. Our speaker for the second session will be James Lerem Rwata. He is the Assistant General Manager of Corporate Credit Guarantee Corporation of India, ECGC Limited. So the ECGC is a company wholly owned by the Government of India based in Mumbai. It provides export credit insurance support to Indian exporters and is controlled by the Ministry of Commerce. So the word experience of our resource person are as follows. Mr. James has 19 years experience in ECGC Limited. During his time, he worked at operations and head office in various capacities and various locations. He is currently posted at large exporter branch, Mumbai. His last assignment was as branch head in ECGC office in Kolkata from 2016 to 2019. He was on deputation to Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, as a change management consultant for the National E-Governance Plan and was posted in Meghalaya. He represented ECGC Limited India at the training course for export credit experts at Tokyo, Japan in 2017, organized by the Government of Japan. So the All right, Mr. James Derenbrotha, please take your time. Thank you. 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 Vielen Dank. 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 ... 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 .... .... .... Das heißt, dass die Ausgaben und die Ausgaben sind, dass die Ausgaben sind, dass die Ausgaben sind und die Ausgaben sind. Wenn es der EU und der EU ist, ist, wenn es die EU gibt, dann immer die EU gibt. Das ist das, was wir an den Export geben, und die wir an den Export haben, die wir an den Export haben. Das ist die Erfball und die Votab-Güttelung. Die Votab-Güttelung ist auch noch ein Packing-Credit. Das ist eine Packing-Credit, die wir an den Export haben. Wir haben das Veröffentlichung an den Veröffentlichung an den Raum, die wir an den Materialien geflügt haben. Wenn wir die Einfluss-Business über den Unstable oder Risky haben, dann werden wir die Einfluss-Business über die Einfluss-Business. Diese Bücherin wird in Ihres Materialien von Vekasen gesucht. Die Bundesbank, die Vekas, die Vekas und die BSU Bank, einem Forex-Lohnen zu veröffenten, die SBI und die Unionbank, der Existenz von Existenz auszulösen, die die Export-Insurance zu veröffentlicht. Vielen Dank. 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 ... 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 ...... ... ... ... ... ...... ... 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 Das ist die Industrie. Die Kommunikation der Agrarpolitik in der Agrarpolitik in der Agrarpolitik. Das ist die AAPC, die Agrarpolitik in der Agrarpolitik in der Agrarpolitik in der Agrarpolitik. Wir haben hier in Resistungen, die wir in Resistungen haben. Vielen Dank. 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 Sorry. 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 a huge thank you to the Almighty for overseeing the preparation and the execution of this webinar once again a very heartfelt thank you to one and all, have a very good night everyone and we hope to see you all in our next webinar, good night and bye good night